Hallo, ich bin Mirjam Kluftinger und stelle die Blockflöte vor. Die Blockflöte ist ein sehr gutes Einsteigerinstrument, aber gleichzeitig auch ein höchst virtuoses Instrument der Barockzeit. Ihr solltet mindestens fünf Jahre alt sein. Quereinsteiger und Erwachsene sind ebenso herzlich willkommen. Und hier sind die Blockflöten. Die Sopranblockflöte, die Altblockflöte, die Tenorblockflöte und die Bassblockflöte. Und im Ensemble verwenden wir auch den Großbass und den Subbass. Und so klingt die Blockflöte. Tschüss, bis Oktober! Tschüss! 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 Tschüss!